So, und 100k Picks sind auch am Start. Wir machen erstmal die Rewards auf. Hasan, du darfst anfangen. Er sagt, 3, 2, 1, zack. Dianir als erster Player-Pick und ich sag euch ehrlich, dafür, dass alle Picks von Hasan so schlecht sind, holen wir sogar Dianir. Alle waren Schrott, er ist fort. Aber ich ziehe jetzt Grießmann, weil ich bin nicht wie Hasan. Oh, schade. Also, Picks waren schonmal sehr, sehr geil. Wie gesagt, ich freue mich einfach nur auf die Coins. Also, die sind immer safe. So, jetzt haben wir noch 2 Megapacks, 2 seltene Megasets und 200 Kassets. Ich fang an, dritte Pack. Hasan, sag Bescheid. Boah, der Emre, was geht? Emre kommt in den Chat, wir ziehen nicht mal eine Wand. Ah doch, war das eine Wand? Äh, äh. Äh, äh. Ha, ha, ha. Shit. Bruder, warum haben wir die nicht im Best-Off gezogen? Aber wir haben die schon am Trick. Hasan sagt gleich eine Zahl. Oh shit, Elektron-Spieler-Pack, gönnt wie immer. Jungs, wer neu ist, gerne ein Abo lassen auf diesem Kanal. Er sagt 3, ich mach 3 auf. 3, komm, Champions in die Wand. Oh, Argentinien. Die Maria? Kann aber nicht sein. Kampf hier. Ist okay, ist okay, ist okay. Kein Walk-Off, aber eine Wand. Wand ist immer gut, wir brauchen Rating 85. Come on. Schade. Alter, wie viel hat der noch? Ach, vertrunken. Oh mein Gott. Ich sag dir ehrlich, Ronny, wir machen nächste Woche. Wenn heute was gönnt, machen wir nächste Woche Check-Tech. Walk-Off. Oh shit. Oh shit. Ah, ah. Harry Kane. Ist okay. Ist okay. Ist okay. 88. Harry Kane. Hasan. Icon-Pack. Kommt immer näher, Bruder. Ob du willst oder nicht. Kipper dahinter. Sehr, sehr stark. Jungs, wer neu ist, guck mal jetzt extra für Gova. Folgt mir auf Instagram, abonniert den Kanal, Glocke aktivieren, folgt mir auf Twitch, tretet Discord bei, Bruder. Alles, was es gibt, haben wir. Steht auch in der Beschreibung. Alex, du bist auch bestimmt so einer, der guckt sich jetzt nur die Packs an und danach verschwindet in direkt. Moin, Aime, hat dir was gehabt? Schade. Gar nix. Ja, Mann, auf jeden Fall. Der Manet ist krass. Hab Kantonau aufs Icon-Pack. Kantonau ist geil. Kantonau ist geil. Wie heißt du? In real life, du Seppe. Kein Walkout. So kennt man EA. Gib mir einfach 85er Rating, dann können wir Icon-Dings machen. Esien! So, wir machen einfach von links nach rechts auf so. Wir erwarten gar nix und wir werden auch nix ziehen. So, scheiß auf alles. Wenn die gönnen, sollen die eine Wand gönnen. So, wir brauchen nur ein Rating für Icon-SBC. Natürlich push mich selbst. Ist das eine Wand? Oh mein Gott, ich glaub's nicht. Ist das eine Wand? Falcao. Oh mein Gott! Schade, doch nicht, Mutti. Ich erwarte gar nix. Ich erwarte gar nix aus diesem Packs. Zum Tode. Weil wir kriegen keinen Walkout. Ja. Mega-Pack. Können EA. Und dann können wir Icon-Pack machen. Stark. Wir müssen nix mal verkaufen, Jungs. Wir haben aus einem Mega-Set einen schlechteren Spieler gezogen, wie aus einem Pack, wo du sechs Gold-Spieler hattest. Jumbo-Gold-Pack. Easy. Da sind wir drin. Okay. War das ein Info-Name? Nein, ne? Kroatien? Kein Strick-Switchen. Wand. Schauen wir uns nochmal. Wand. Portugal. Kein Ronaldo. Geben mir viel, viel Glück. Transfers. Ich hoffe, ich hoffe, wir kacken nicht rein. Ich hoffe, wir kacken nicht rein. Perfekt. Oh, mein Herz. Was haben wir noch? Ungarn. Ey, warte. Mein Mölkis fange ich direkt an, dich zu beleidigen. Schäfchenko ist es nicht. Das ist gut. Was haben wir noch? Network würde ich mitnehmen. Schade, nix für mein Network. Okay, erste Dings haben wir schon geschafft. Das ist schon mal sehr, sehr stark. Du hast Ungarn vergessen. Haben wir schon, habe ich schon, habe ich schon. Was haben wir hier? Serbien, Vittic. Schweden. Wäre eklig. Schottland. So, Russland, Rumänien. Wir sind da. Jaschin. Perfekt. Kein Jaschin. Haji. Kein Haji. Deutschland. Wäre richtig eklig. Ich bin auch gerade richtig am schwitzen. Ich bin auch gerade richtig am schwitzen. Aber warum hängt das immer so? Ich denke mal, da ist was. Okay, das haben wir auch geschafft, oder? Ococha. Mexiko ist es nicht. Jungs, wir sind ganz nah dran. Wir sind ganz nah dran. Top 9 ist zum Greifen nah. Cameroon. Nakata. Stark. Kein Nakata, Jungs. Wir sind da. Wir sind da. Italien. Okay, das hätten wir auch. Ghana. Und ich bin überglücklich. Shit. Didier. Kein Trogba. Dänemark. Boah, kein Dänemark. Das war so wichtig. Das war so wichtig. Finland. Kein Litmanen. Wir sind da, Jungs. Wir sind da. Wir waren nie weg. B. Bulgarien. Stolkow nehme ich mit. Schade. Kein Stolkow. Kein Stolkow. Was haben wir noch? Hier haben wir sonst nichts. A. Das ist, glaube ich, auch nicht. Jungs, Top 9. Wir sind da, Jungs. Top 9. Wir fangen an mit Englandstürmer. Da sind, glaube ich, so die ekligsten drin. Mittelfeld wäre auch ein bisschen suckert. Ah, Barnes haben wir schon. Mein Herz. Mein Herz. Mein Herz. Mein Herz. Verteidiger. Ferdi. Nehmen wir mit. Es ist kein Engländer, Jungs. Es ist kein Engländer. Barnes hatten wir schon. Was ist noch eklig? Italien-Stürmer. Italien ist eigentlich wie England, ne? Boah, kein Del Piro aber auch. Scheiße. Mittelfeld ist auch kritisch. Verteidiger. Wir haben kein Italien. Ich bin ja so am Schützen. Jungs, Italien ist weg. Was soll man jetzt nicht so machen? Argentinien oder Deutschland? Wir machen Deutschland-Stürmer. Was ist Deutschland-Sturm am Start? Klose und so, ne? Klose wäre eklig. Kein Klose. Loder ist, glaube ich, kein Mittelfeld-Spieler. Loder ist IV. Okay, Lehmann ist gar nicht mehr da, ne? Lehmann ist nicht mehr da. Wir sind da. Spanien-Hierro. Mega, schon so schön. Okay, kein Hierro. Jetzt können viele kommen. Pep ist am Start. Xavi. Keine Ahnung was noch. Okay, kein Mittelfeld-Spieler. Stürmer-Butra nehmen wir mit. Oh mein Gott. Du hast uns gef- Ihr Horst.